von der Pringer, damit er ziemlich kaputt geklopft wurde von Gauntlet und Glacius. Aber das hat man nicht gesehen, weil ich es halt nicht gezeigt habe. Ich kann das Spiel vielleicht auch mal so kommentieren. Das Spiel ist wirklich ziemlich gut. Und hier kommt der Stunt von Magmus. Und das war jetzt nicht so sauber. Das heißt, da gehen wir einfach mal ein bisschen wieder runter. Und dann kann ich, damit ich erklären kann, wie das wirklich, wie das besser aussehen sollte. Ich möchte jetzt nicht Kebab kritisieren oder sowas. Kebab ist ohne Frage viel besser wie ich. Aber das kann eben war nicht sehr sauber gespielt und hätte besser machen können. Also, das heißt, er wartet jetzt schön, bis Gauntlet versucht hier auf Wanderpögen zu initiieren. Und macht er auch. Und jetzt kommt der Stunt. Und ja, gut, er ist jetzt hinter ihm, hinter Gauntlet. Und das war jetzt, naja. Aber er läuft nach vorne und er schafft es nicht, ihn zu blocken. Das war jetzt nicht so. Was man da machen muss beim Blocken ist, man läuft einen kleinen Schritt vor ihn und drückt S. Man läuft einen kleinen Schritt vor ihn und drückt S. Und dadurch kann man automatisch anpassen, wo der Gegner ist und wie man laufen will. Das braucht ein bisschen Übung, eine ganze Menge Übung sogar, wenn man es gescheit machen will. Aber es ist schaffbar. Also, Gauntlet wird hier jetzt überleben. Das heißt, der Gank war jetzt nicht so erfolgreich wie Magmus. Aber wenigstens etwas halt. Er hat es geschafft, dem Funderbringer ein bisschen zu helfen, ein bisschen mehr Form zu kriegen. Und ja, das heißt, er nimmt sich jetzt die Double Damage und rennt nach oben und versucht wahrscheinlich den Gank auf, Valkyrie aufzusetzen. Und ich glaube, mir gefällt das Wort aufzusetzen. Ich lasse das Setup aufzusetzen. Ich schaue zu viel Horncast, aber ich nenne es jetzt aufzusetzen. Ich hoffe, damit wird kein Problem. Und das war jetzt wieder so eine Sache. Er hat gewartet, bis die Valk ihren Dieb genutzt hat. Weil sie danach den Speedbust hat und vor allem sie kann ja lieben, wenn er sie davor stand. Das heißt, wenn er sie davor stand, haben sie absolut keine Chance, sie zu töten. Aber wenn er sieht, sie liebt in die falsche Richtung oder sie macht was Dummes damit, dann bietet sich vielleicht die Möglichkeit. Man weiß es nicht so ganz, aber man kann es wenigstens probieren. Und wie wir jetzt hier gleich sehen können, kommt die Valk locker weg, da Ghostmarches und Stuff. Weil ich finde, die Vagetag hat sich vielleicht reinblicken und es können noch. Aber jedem das seine. Skillbett von der Vagetag hat irgendwie einen Skillpunkt nicht gelevelt. Wird jetzt wahrscheinlich gleich was machen. Und Magmus rennt jetzt zurück zur Basis. Sehe ich das richtig? Ja, also rennt jetzt zurück zur Basis. Hat genug Geld für einen TP-Scrollen. Wird dann wahrscheinlich runterkommen, um den mit rein hier zu helfen. rennt erst zurück zur Basis, weil er ja kein Mana mehr hat. Aber ich glaube, sowas ist offensichtlich, wobei sowas natürlich auch nicht ideal ist. Also die zwei Gangs, die er gerade versucht hat aufzusetzen, haben nicht geklappt. Und das ist das. Ja gut, hätte nichts sein dürfen. Und das ist jetzt ein wenig, gefällt mir gar nicht. Er hat sich jetzt eine Mana-Batterie geholt, statt sich einfach runter zu porten. Und wahrscheinlich ist es daran, dass sie kommuniziert haben. Also über TeamSpeak, Skype, was auch immer sie benutzen. Hat dann halt Magix und AK haben gesagt, ja, bleib, muss nicht direkt kommen, aber komm mal runter. Also keine TP-Scrollen, aber es reicht, wenn wir runterkommen. Sonst hat er sich eine Mana-Batterie geholt. Und ja gut, da kann ich da nichts sagen. Ich weiß ja nicht, wie die miteinander reden. So, das heißt, wir machen jetzt wieder Lockkamera. Und wie man hier unten sieht, kann ich pingen? Nein, ich kann nicht pingen. Also, hier unten sieht er zwei Leute. Und sie werden jetzt wahrscheinlich versuchen, hier direkt den Gang aufzusetzen. Komm, komm, komm. Gang, 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 gang. Und sie sind zu fast. Uah! Fallabringer-Ulti und sie sehen alle, sehr sauber. Und da war er jetzt schon der Erste. So. Ha! Bin ich nicht böse. Mitten im Teamkampf habe ich ihn unterbrochen. Boah, das sieht cool aus. Das muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Haha. Auf jeden Fall. Ähm. So, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. Und jetzt sehen wir hier mal. Seht ihr, was der macht? Habt ihr gesehen, was er gemacht hat? Er hätte die ganze Zeit ein Glacius stunnen können. Warum hat er es nicht gemacht? Weil er zwei Leute treffen wollte. Er wollte zwei Leute treffen. So, das heißt, er hat gewartet, bis er noch jemand anderen sieht, den er auch stunnen kann. Und jetzt kommt der Stun. Bam! Zwei Leute getroffen. Steambev, damit er nicht weiter gestunnt wird. Und ansonsten sind alle glücklich. Außer vor Second Archer, die von Gauntlet getötet wurde. Und, ja. Das heißt, Magix hat, nicht Magix, sondern Kebab hat noch genug Mana für einen weiteren Stun. aber Funderbringer hat hier ein dickes Problem. Ich weiß jetzt nicht, ob die groß was machen können. Ah, da kommt der Stun. Und, ja, Magix versucht ihm zu helfen. Aber, schon wieder zwei Leute gestunt. Immer zwei Leute auf einmal Stun. Und Glacius geht down. Und, ja. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich nochmal sein Ding benutzen. und den Kill auf dem hier kriegen. Und, da. Habt's schon wieder gesehen. Das ist der Witz bei dem Helden. Also, ich erklär jetzt mal was ganz, ganz, ganz Wichtigste, beziehungsweise das Wichtigste bei diesem Helden, bei Magmus. Magmus hat den besten Stun, nein, tut mir leid, den zweitbesten Stun im Spiel. Lava Surge. Das ist so eine krasse Fähigkeit, die ist abartig. Jetzt denkt mal drüber nach. 2,15 Sekunden Stun. Das ist schon mal der längste Stun, den man nicht leveln muss. Also, der nicht länger wird. Ich meine, Hammerstorm zwei Sekunden, Andromelat zwei Sekunden, die 1,5, aber, naja, gut, das ist jetzt erstmal unwichtig. Es ging nur so, damit ich es mal gesagt habe. Aber was wichtig ist, ist einfach, dass es bringt Magmus schon mal ans Ziel hin, was ja für einen Milihelden ziemlich praktisch ist, weil man muss ja nah dran sein, um ihn zu hauen. Und, und, es ist ein AOE-Stun. Und jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Es ist ein AOE-Stun. Das vergessen so viele Leute. Die meisten denken, Single Target. Ich klicke auf den Gegner drauf und ich stun ihn. Nein, das ist Andromeda. Magmus Stun ist AOE. der Witz dabei ist, mehrere Leute auf einmal zu treffen. Beispiel hier. Das heißt, er hat gewartet und boom, drei Leute auf einmal gestunnt. Dadurch wird jetzt vielleicht noch Modo Chester wegkommen, das weiß ich nicht. Doch, schaut gut aus. Und ja, das hier hat jetzt nichts damit zu tun, es sieht nur cool aus. Und Gauntlet kommt weg. Ich weiß jetzt nicht, was sich Magmus holt, ob er sich Strydor holt. Mir persönlich gefallen die nicht so gut. Ich bevorzuge Ghost Marchers. Aber ich spiele meinen Magmus auch eher Carry-orientiert. Das hört sich jetzt doof an, aber ich spiele meinen Magmus wirklich als Semi-Carry. Einfach nur, weil ich spiele den halt so. Ist halt so. Jeder hat einen eigenen Stil und ich bin im Normalfall der Carry-Ganker in der Schilder und da hat man mehr Geld, wenn man es gescheit macht und ich bin das einfach gewohnt, deswegen spiele ich den so. Das heißt, wir fast forwarden hier durch. Er hat sich Strydor tatsächlich geholt. Zwei Mana-Pots für bestes Roman. Das ist jetzt auch wichtig. Wie ihr daran oder an den zwei Mana-Pots ganz, ganz, ganz klar erkennen könnt, ist Magmus jetzt oder hat Kewab vor, die Karte zu roamen und nicht mehr in die Lane zurückzugehen. Das ist unglaublich wichtig. Es ist nämlich, es gibt meiner Meinung nach zwei Arten Magmus zu spielen. Ihn als Semi-Carry oder als eine Art Semi-Carry Semi-Carry Initiator oder sowas oder ihn als Supporter. Supporter, so eine Art Support. Und Kepa spielt ihn gerade als Supporter. Das heißt, er hat insgesamt drei Kielkills in zehn Minuten ist nicht so hart. Aber er war bei allen drei Kills, die er für sein Team gemacht worden beteiligt, bei allen drei. Und es ist schon gute Leistung, würde ich einfach mal sagen. Also er war bei 100% aller Kills beteiligt, wenn man es so haben will. Und das heißt, er wird jetzt hier unten wahrscheinlich in den Gauntlet reinrennen und mit Thunderpinger versuchen, ihn zu ganken, wobei Gauntlet die Haste hat. Das weiß ich jetzt nicht ganz, was hier passiert. Kommt der Gauntlet, kommt der Gauntlet! Nein, der kommt nicht, schade. Das heißt, die werden jetzt wahrscheinlich nicht versuchen, hier den Pinkel zu ganken. Das ist der Level 3 Hammerstorm, der sich nicht groß dagegen werden kann. Ach, übrigens, ich habe ja gesagt, Mechmo Stun, der zweitbeste im Spiel. Der beste ist natürlich Hammerstorm. Das ist meiner Meinung nach auch die beste Fähigkeit im Spiel, der Stunt von Hammerstorm. Wie gesagt, einfach nur noch krass. Und hier kommt Gauntlet, haut ihn ziemlich kaputt und zwei Leute auf einmal gestunt und Hammerstorm geht fast down. Fast down! Steamwerf ihn noch! Steamwerf ihn noch! Oh, alle Schwuchtel! Wo ist Gauntlet hin? Ist Gauntlet tot? Nein, Gauntlet rennt noch irgendwo rum. Den sehe ich aber nicht, weil ich in der Mechmo Scam bin. Also hier geht er wahrscheinlich auch down. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh, ja. Okay, gut. Dann haben wir das ja jetzt gerade dramaturgisch gehabt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier hat er ihn gestunt und der Hammerstorm hat noch episches 16 Leben. Lass uns einmal rechnen. Magmus Steambath 40 Magic Damage pro Sekunde um ihn herum. Ähm, ja, halt ihn einem AOE von 350. Also, wir können alle wetten dieser Welt eingehen, dass das hier kein 350 AOE ist. Ich glaube, da müssen wir auch nicht lange diskutieren, sondern ich glaube, wir sind uns alle einig, dass 350 AOE eher bis hier ist. Und was, um was wollen wir auch noch wetten? Zum Beispiel, dass Hammerstorm länger wie eine halbe Sekunde braucht, bis er hier ist? Warum hat er jetzt hier nicht sein Steambath gemacht? Keine Ahnung, ich hätte es gemacht und ihn schnell den Kill geholt. Natürlich hätte ich es gemacht, weil ich bin der beste Spieler der Welt. Aber, naja, ich meine, er war sogar noch nie an ihn dran. Er hätte einfach nur Steambath machen müssen. Naja, auf jeden Fall rennt hier gerade immer noch dieser Gauntlet rum und wird gleich unseren schönen, lieben Gebapp töten. Boom! Oh, Gauntlet macht so viel Schaden. So viel Schaden. Und Glashius kriegt den Kill. Ja, gut, Gauntlet ist tot und dann rennen wir nochmal weiter. Ähm, ja, zur Zeit passiert ja jetzt noch nicht so viel. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den Spectator rein und schauen mal so, was ansonsten los ist. Gold pro Minute 97, ja, das ist normal, wenn man den Helden so spielt und ganz geil. Das ist ein ganz normaler Supporter in diesem Fall, der einfach nur auf das Ziel hin arbeitet, mal seinen Portalkey zu kriegen. deswegen gefällt mir auch diese Art von Magmus nicht so gut, weil der Portalkey erst so spät kommt und mit so spät meine ich richtig kacke spät. Vor 30 Minuten kriegst du ihn auf jeden Fall nicht. Und habt ihr schon mal einen Magmus mit dem Portalkey vor 20 Minuten gesehen? Ja, das haut rein. Und hier geht jetzt der Helpinger schon wieder down mit einem sehr schönen Stunt von Magmus, das ist jetzt nicht so besonderes. Und da benutzt er natürlich seinen Steam Waffe und wie man gesehen hat, das Ding macht ordentlich Schaden. Ah, yeah. Ja, gut. Oben stirbt Trixie. Übrigens an alle Leute, die Trixie nicht kennen, das ist der beste Weichspieler dieser Welt. Und guckt aktuell sicher bei 5000 Gold pro Minute rum. Nein, 280. Und meistens hat er tatsächlich Magic auf Forsaken Archer. Und ja, in der Zeit passiert noch nicht so viel, deswegen spiele ich hier auch gerade durch und er ist tot. Das heißt, ich habe was verpasst. Ähm. Okay, ich glaube, das Ganze mache ich aus dem Spectator. Boom. Also, hier, Magmus rennt rein und hier kommt sofort der TP. Und, das war sauber. Aber er geht trotzdem down, weil er einfach zu wenig Leben hat. Und Gott, let's so viel Schaden machen. Also, das war jetzt gerade okay. Wir gehen einfach nochmal zurück und schauen uns das Ganze unkommentiert an. Ich stelle euch davor eine Frage und die könnt ihr für euch selber beantworten. Ich gehe in die K-Pop-Cam, Log-Kamera. So. Glaubt ihr, dass Magmus diese Aktion überleben wird? Klar, ihr wisst, dass er es nicht tun wird, aber an der Stelle von Magmus würdet ihr glauben, ich überlebe. Und es bringt was. Beziehungsweise, wenn ich sterbe, bringt es was. Jetzt schaut es euch an. Dumm, dumm, passiert was. Ähm, er sieht den Hapbringer da oben. Heißt, er rennt rein und bam, TP-Scroll kommt. Zweiter TP-Scroll kommt und ja. Ich weiß, ich wollte eigentlich unkommentiert lassen, aber tut mir leid, ich habe es nicht gerade hinbekommen. Auf jeden Fall, ich glaube, es war offensichtlich, dass daraus nichts wird und dass das nicht sehr, sehr, sehr schlau ist. Aber jeder macht mal Fehler. Aber naja. Das heißt, er hat jetzt zwar immer noch sein Pause, er hat immer noch nicht viel und kann sich keine TP-Scroll leisten. Ähm, unten wird dann der Tower gepusht und wir fast forwarden weiter, weil das wollen wir alles gar nicht wissen. Wir wollen einen Magmaus spielen sehen. Dumm, dumm, dumm. So, warte mal, ich habe eine Idee. In der Zwischenzeit wäre nichts passiert. Möchte ich mal so über die Items reden. Also, Striders habe ich ja schon gesagt. Gefällt mir nicht so gut. Ich persönlich bevorzuge Ghostmatches, ich spiele den Helden aber auch anders. Ähm, oh yeah. Ich glaube, ich habe gerade einiges verpasst. Aber ne, jetzt leben alle noch. Ne, der geht down, der geht auch down. Und Magmaus lebt noch, aber er kriegt, er kriegt den nie. 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 Und er wird jetzt auch sterben. Wobei, doch, er wird sterben. Okay, gut, das war doch ganz nett. Dafür geht jetzt die Wedge Attack down und Magmaus kann hier nicht mehr viel machen. Das war jetzt wieder so ein, ähm, für alle Leute, die das nicht wissen, Malfa's macht AOE-Schaden. Das heißt, die haben jetzt vor, den so runter zu verwissen. Und ja, er geht jetzt auch tatsächlich down. Aber halt, er hat sich in eine Scheiß-Position gebracht. Ähm, aber jetzt gehen wir einfach mal zurück zu der Stelle, wo wir gerade waren. Warum ist es so dunkel? So. Das heißt, Magmus ist hier oben, hat versucht, Gauntlet zu verfolgen. Ähm, und jetzt entscheidet er sich, nicht reinzugehen. Aber jetzt, so. Ähm, jetzt gehen wir einfach nochmal da. Problem ist, ich kann nicht genau machen. So, hier. Wir sind in der Situation, Glacius hat ganz offensichtlich nicht genug Maler, um irgendwas zu tun. Oder um irgendwas